Hallo ihr da draußen, ich bin Oliver und würde euch gerne meinen neuen YouTube-Kanal der Genussbiker vorstellen. Wie ihr euch schon denken könnt, dreht sich hier fast alles um das Thema Fahrrad. Allerdings steht bei mir Genuss statt Adrenalin im Vordergrund, so dass ihr auf meinem Kanal Tourenbeschreibungen und Empfehlungen zu Bike Revieren sowie Vorstellungen von Bikes und Equipment finden werdet, welche mich persönlich überzeugt haben und einen die Natur entspannt erleben lassen. Weiterführende Links, Kartenmaterial und viele Bilder findet ihr darüber hinaus auf meiner Homepage www.hanke4u.de. Eine weitere große Leidenschaft ist Videofilmen und Fotografieren. Daher werde ich auf diesem Kanal hin und wieder auch Equipment und Tipps zu diesem Thema vorstellen. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und hoffe, dass auf meinem Kanal etwas für euch dabei ist. Ciao und bis hoffentlich bald! Bis zum nächsten Mal!